Was ist denn jetzt schon wieder Moni's Magical Week? Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Moni's Magical Week. Jetzt fragt ihr euch, was hat die Moni sich denn jetzt schon wieder einfallen lassen? Ich dachte mir, ich nehme euch einfach in meinem Leben ein bisschen mit. Ich werde euch jetzt nicht alles zeigen, aber so ein bisschen immer mal wieder über die Woche hinweg. Ich habe auch jetzt keinen festen Plan, wann ich diese Vlogs hochlade. Auch nicht wie lang, also wie lang der Inhalt ist, ob jetzt nur ein Tag, fünf Tage, eine Woche. Wann die hochgeladen werden, ist auch kein fester Plan. Einfach frei Schnauze. Das ist so der Plan und ich zeige euch einfach, was ich hier so treibe in meinem Leben sozusagen. Wenn es nicht interessiert, einfach wegklicken. Ansonsten würde ich auch gerne wissen, ob euch das gefällt, was ich dann hier so zeige. Könnt auch unten ruhig in die Kommentare schreiben. Was ihr sonst so gerne sehen würdet von mir, keine Ahnung, Essen, wie ich mich schminke, was für Produkte ich benutze. Ja, also schreibt einfach unten, was ihr euch gerne wünscht. Ansonsten fangen wir jetzt einfach an mit diesem Vlog und mal sehen, wie es bei euch ankommt. Und ja, das ist der Plan erstmal grob. Und ja, es wird einfach so eine Freischnauze, in die Kamera reden. Vielleicht lasse ich auch manchmal meine Gefühle, meinen Frust an euch aus, wie es mir geht. Und genau, ich habe auch zur Zeit einen kleinen Gast. Könnt ihr euch mal zeigen. Schaut mal, das ist Cookie. Das ist der kleine Cookie. Der lebt eine Weile, also es waren bis Mai, wann hatten wir zwei Hunde. Die Beauty ist dann leider verstorben im Mai. Genau, jetzt ist Cookie ganz alleine. Und der macht zur Zeit Urlaub bei mir sozusagen. Normalerweise haben die Hunde bei meinen Eltern, oder leben bei meinen Eltern. Er lebt jetzt auch noch bei meinen Eltern. Aber mein Vater ist seit acht Wochen im Krankenhaus. Das will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber um meine Mutter zu entlasten, habe ich gesagt, okay, dann nehme ich den Cookie für ein paar Tage, ein, zwei Wochen. Weil ich eh im Homeoffice bin. Da muss ich jetzt auch gleich weiterarbeiten. Es ist nämlich Freitag, wollte ich noch dazu sagen. Genau, es ist Freitag. Muss jetzt gleich anfangen zu arbeiten. Heute Nachmittag fahre ich dann mit meiner Mama in die Stadt. Da wollte ich dann euch auch ein bisschen mitnehmen und zeigen, wo wir so hingehen. Was ich sonst einkaufe, außer Disney. Genau, das ist der Plan für heute. Deswegen bin ich auch schon gerichtet. Normalerweise im Homeoffice laufe ich ja rum wie ein Schlumpf. Gut, ich habe jetzt heute auch nicht die geilsten Klamotten an, wie man sieht. Ja, das ist so der Plan. Ich fange jetzt an zu arbeiten und dann reden wir oder hören wir uns später. Für diejenigen, die mir nicht auf Instagram folgen, da habe ich es mich schon mal erwähnt. Mein Freund arbeitet seit August in der Schweiz, in Zürich. Und seit Oktober, seit Anfang Oktober, hat er jetzt auch offiziell eine Wohnung. Und also er lebt da jetzt sozusagen. Deswegen war ich auch jetzt öfter schon in Zürich gewesen. Deswegen bin ich jetzt alleine in der Wohnung. Es wird auch so sein, dass ich Ende Januar hier ausziehen muss, leider. Ich bin so schade. Ich liebe diese Wohnung, aber sie ist einfach zu groß für mich alleine. Ich weiß auch noch nicht, wo ich hinziehen werde. Das werdet ihr aber dann hier in diesen Magic Vlogs dann wahrscheinlich alles sehen. Das werde ich euch auch mitnehmen. Zurzeit ist es so, dass die Schweiz komplett Risikogebiet ist. Also ich war letztes Wochenende noch bei ihm. Da wurde die Schweiz gerade als Risikogebiet erklärt. Und jetzt ist es so, dass ich da nicht mehr hin darf. Also ich dürfte hin, aber ich müsste ja zwei Wochen in Quarantäne oder mich halt testen lassen. Und das ist einfach nicht möglich jedes Mal, wenn ich da hinfahren würde. Deswegen weiß ich nicht, wann ich meinen Freund wiedersehen werde. Jetzt kommen wir zu dem Thema, ich muss meinen Frust rauslassen. Ja, es ist schon sehr schade, weil wir hätten nächste Woche, hätten wir Jahrestag gehabt, unseren Fünfjähriges sozusagen, hätten dieses Wochenende schon mal vorgefeiert. Also ich wäre jetzt eigentlich heute da, gestern schon runtergefahren mit dem Auto, wäre dann heute da und dann wären wir wahrscheinlich morgen schick essen gegangen. Ja, es ist einfach blöd, dieses Corona. Mal sehen, wann wir uns dann wiedersehen werden. Klar, wir telefonieren jeden Tag und so, aber es ist dann trotzdem was anderes. Natürlich wird das jetzt nicht unsere, also wir werden uns jetzt nicht trennen, deswegen, weil wir uns jetzt hier nicht ein paar Wochen oder weiß ich nicht, wie lang sehen werden. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, also mein Freund läuft hier nicht rum. Irgendwie macht es mir Spaß, euch irgendwie durch meinen Alltag mitzunehmen. Auf jeden Fall, falls ihr euch über die Musik wundert im Hintergrund, und ich höre eigentlich zu 90% des Tages, wenn ich Musik höre, den EDI92-Radiosender. Ich weiß nicht, ob es den auf normalem Radio gibt, aber ich höre den immer übers Internet. Da läuft nämlich den ganzen Tag Disney-Musik aus den Disney-Paraden, Weihnachten, Halloween. Einige finden es mega nervig. Mein Freund hat es gehasst. Als Jessie bei mir war, fand sie es auch ganz schlimm. Aber ich liebe es. Jetzt läuft gerade nämlich die Frozen-Parade, die im Januar lief. Und ja, also ich kann das den ganzen Tag rauf und runter hören. Und auch wenn ich nicht ins Disneyland darf zur Zeit, ich liebe die Musik. Und ich wollte euch mal zeigen, ich versuche ja jetzt jeden Tag hier so einen Ingwer-Shot zu trinken, egal von welcher Marke. Das ist immer eine Qual. Aber ich wollte euch das jetzt mal demonstrieren, wie ich den Ingwer-Shot trinke. Ups, jetzt muss ich das euch mal hier hinstellen. Alles nicht so einfach. So, das ist nämlich eigentlich voll eklig. Und ich hasse eigentlich auch scharfes Essen. Also ich schmecke da irgendwie nie was. Deswegen vermeide ich eigentlich scharfes Essen. Aber so ein Ingwer-Shot ist halt schnell getrunken. Und ich drehe mir da immer ein, dass es gesund ist und meine Abwehrkräfte stärkt. Weil Ingwer soll ja gut sein, wenn man erkältet ist. Ja, das und kurbelt den Kreislauf an und den Stoffwechsel. Da hoffe ich mir ein bisschen was Kilomäßig irgendwann mal abzunehmen. Aber das klappt zur Zeit nicht so gut. Aber jetzt trinke ich erstmal mein Ingwer-Shot. Prost! Aber es wird besser. Am Anfang war es schlimmer vom Geschmack her. Aber ja, Prost! Ich hau das jetzt weg. Oh, oh, oh! Ja, so sehe ich immer aus, wenn ich einen Ingwer-Shot trinke. Oh, mein Hals brennt. Ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe nämlich gestern die Bauchtasche von der Minnie Mouse Main Attraction Collection im Oktober. Die Haunted Mansion Version. Bei meiner Freundin abgeholt. Für die, die es nicht wissen, was Haunted Mansion ist. Die vielleicht neu sind auf meinem Kanal oder keine Ahnung haben von Disney. Die Minnie Mouse Main Attraction Collection ist eine monatliche Kollektion im Jahr 2020. Angelehnt an Attraktionen im Disneyland Paris. Äh, nee, nicht Disneyland Paris, sondern Walt Disney World in Florida. Und jeden Monat am 18. kommt eine neue Kollektion raus zu einer gewissen Attraktion. Im Oktober war es Haunted Mansion. Das ist die Bauchtasche. Die Ohren kann ich euch leider noch nicht zeigen. Da ich diesen Monat echt Pech hatte. Vielleicht lag es daran, dass ich in der Schweiz war und von dort aus bestellt habe. Das weiß ich nicht. Aber ich habe gar nichts bekommen. Wie gesagt, meine Freundin hat die Bauchtasche bekommen. Wir bestellen immer parallel, dass ich auch wirklich irgendwas bekomme. Aber wie gesagt, diesen Monat ging es nach hinten los. Aber Brinas Freundin, von Brinas Freundin bekomme ich jetzt die Ohren zugeschickt. Irgendwann, also hoffentlich im Haul, habe ich dann die Ohren an. Das ist mir immer wichtig in meinen Disney Hauls. Die Ohren von dem jeweiligen Monat zu tragen. Genau. Aber die Bauchtasche habe ich schon mal und ich finde sie sehr hübsch, vor allem innen drin. Habt ihr auch das Haunted Mansion Muster. Genau. Ja. Und ich liebe ja Bauchtaschen. So, ich bin jetzt endlich auf der Couch. Es ist halb zehn. Ja, ich kam, glaube ich, um halb neun nach Hause. Ja, also war ein bisschen längerer Trip. Ich zeige euch morgen, was ich alles gekauft habe oder einen Teil davon. Weil einiges waren auch schon Weihnachtsgeschenke. Ja, darüber mache ich mir jetzt auch schon Gedanken. Genau. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen auf der Couch chillen. Ich werde mir den Kurzfilm noch von Olaf anschauen bei Disney+. Da gibt es ja den neuen. Den werde ich mir jetzt noch reinziehen. Der geht aber nur zwölf Minuten. Und genau. Jetzt chill ich noch ein bisschen. Und ich zeige euch morgen die Einkäufe. Und ja, was ich noch so mache. Das war jetzt Instagram. Also bis morgen. Ja, hallo, meine Lieben. Ein neuer Tag hat begonnen. Es ist Samstag. Und so sehe ich immer samstags aus. Nein, das war ein Scherz. Falls euch das Summen im Hintergrund stört, das ist mein Bodenstaubsauger, der hier durch die Gegend fährt. Und jetzt klingelt es. Auch noch. Ich mache mal die Ohren runter, sonst denkt der, er ist im Irrenhaus gelandet. Ja, das war der Amazon-Postbote. Ich wollte noch kurz was berichtigen. Mir ist nämlich gestern so durch den Kopf gegangen, dass ich meine Vlog-Reihe nicht Moni's Magical Week nenne, sondern Moni's Magical Vlog. Weil aus dem Grund, weil ich nicht immer eine ganze Woche vloggen werde. Ich werde ja immer zwischendurch vloggen. Mal einen Tag, mal mehrere Tage. Wie es mir gerade in dem Kram hasst. Und auch, was es bei mir zu sehen gibt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche krank im Bett liege, das ist ja jetzt nicht so spannend für euch. Deswegen vergisst, was ich am Anfang gesagt habe. Es wird jetzt Moni's Magical Vlog heißen. Ja, und jetzt zeige ich euch, was wir gestern alles gekauft haben. Und es war nicht so viel, aber ein paar schöne Sachen sind dabei. Und jetzt stelle ich euch dafür auf meine Küchenzeile. So, ihr seht schon einen großen Karton. Meine Mama hat mir nämlich bei Rituals den Rituals Adventskalender gekauft. Und er riecht jetzt schon so gut. Ich werde ihn noch nicht auspacken, aufstellen. Das mache ich dann kurz vor dem 1. Dezember. Und dann zeige ich euch auch, wie der aussieht. Weil der ist wirklich wunderschön, auch als Deko. Genau, also den hat mir meine Mama gekauft. Und dann bei Rituals habe ich mir noch die Cooling Eye Cream gekauft. Ich finde die wirklich cool. Die hat auch so ein, das kann ich euch gerade zeigen. Genau, also die hat hier so einen richtig coolen Aufsatz, dass man auch das schön verteilen kann. Und ja, die hat einen richtig kühlenden Effekt. Ich war heute auch übrigens schon richtig fleißig. Ich habe schon meine Gimondo-Sport-Einheit gemacht. Ich habe Hula-Hoop gemacht. Ich habe gefrühstückt. Ich habe schon das Foto für Brinas und Daniels Challenge gemacht. Die war an dem Sonntag. Da habe ich das Foto gemacht mit Phantom Manor. Müsst ihr bei meinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Genau, also ich war schon richtig fleißig. Falls euch irgendwas mehr im Detail interessieren sollte, von dem, was ich gerade jetzt vorgestellt habe, könnt ihr einfach unten kommentieren. Dann zeige ich euch das in den nächsten Vlogs. Dann gab es bei Kiko die Wonder Woman Kollektion. Und ich habe mir einen Lippenstift gekauft. Ich bin ja total der Lippenstift-Fan. Und liebe dunkle Lippenstifte. Und das hier ist jetzt Metal Power Lasting Lip Paint mit der Farbe 6. Ich zeige euch den mal, wie der aussieht. Ich hoffe, das kann man dann erkennen. Ich liebe ihn. Seht ihr das? Ich drücke mal auf meine Hand. Ja, also das ist der Lippenstift. Finde ich wirklich toll. Der hat so einen matten, ich mag ja matte Lippenstifte, aber trotzdem so einen leichten Schimmer. Deswegen habe ich mir den von der Wonder Woman Kollektion gekauft bei Kiko. Wir haben noch einen Kiko hier. Genau, dann bei Calcedonia habe ich mir ein paar Socken gekauft. Die haben nämlich richtig schöne Disney-Socken zurzeit. Ich habe mir die mit den rutschfesten Noppen gekauft. In Mickey Shape. Und Mini vorne drauf. Richtig, 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 richtig. Da hat man Sparfehler. Und dann bei Depot habe ich einiges gekauft. Schon Weihnachts-Deko und auch ein paar Make-A-Wish-Deko. Dazu gibt es eine Hintergrundgeschichte, die kann ich euch kurz erklären. Ich hoffe, ich mache mal die Tür zu, dass der Staubsauger nicht so laut ist. Ja, zu Make-A-Wish. Einige der Disney-Community, inklusive mir, unterstützen dieses Jahr Make-A-Wish Deutschland. Make-A-Wish ist eine Organisation, die arbeiten schon seit 40 Jahren mit Disney zusammen. Und dieses Jahr dürfen wir Make-A-Wish unterstützen. Make-A-Wish sammelt Spenden für Kinder, die lebensbedrohliche Krankheiten haben. Und erfüllen ihnen wirklich Herzenswünsche, was die Kinder gerne noch erleben möchten. Seien wie Spider-Man, ein Prinzessinnenzimmer, ein Trip nach Disneyland, wo die sehen. So was. Versuchen die die Kinder zu erfüllen. Und ich bin sehr froh, dieses Jahr Teil der Make-A-Wish-Familie zu sein. Und diese Woche gab es auch die Make-A-Wish-Kollektion bei shopdisney.de. Wenn man was von der Kollektion gekauft hat, gehen 25% der Einnahmen gegen ein Make-A-Wish. Aber international, nicht nur in Make-A-Wish Deutschland. Und ich habe alles bekommen, was ich wollte. Aber die war ja super schnell ausverkauft. Gibt es zur Zeit dann leider nur noch in Disneyland Paris. Aber ich habe mir noch einige Sachen gekauft, weil ich nächste Woche ein Fotoshooting plane mit meiner besten Freundin mit der Kollektion. Und dann habe ich passend dazu bei Depo diese tolle Deko gefunden. Und zwar einmal Make-A-Wish als sozusagen Satz. Finde ich richtig schick. Dann ein Kissen mit Make-A-Wish, was in Gold jetzt draufsteht. Und eine Sternschnuppe in Gold. Die pinkt dann wahrscheinlich ins Fenster. Wie genau das Fotoshooting aussehen wird, werdet ihr als Resultat auf jeden Fall auf Instagram sehen. Falls ich euch mit der Kamera mitnehme, sondern im Vlog, könnt ihr das gerne auch unten kommentieren. Ja, das war zu Make-A-Wish. Make-A-Wish Deutschland freut sich über jede Spende. Also wenn ihr bereit seid, was zu spenden, die freuen sich sehr. Ich verlinke auch unten nochmal die Website von Make-A-Wish Deutschland. Ansonsten habe ich noch ein bisschen Christmas Deko, noch generell Christmas Deko gekauft. Und zwar, jetzt muss ich mal die Kamera in die Hand nehmen. Genau, ich habe hier einen Teller gekauft. Da sind noch zwei Sterne drauf. Die kommen woanders hin. Also ich habe mir hier einen Teller gekauft. In Gold, weil mein Wohnzimmer jetzt sehr in Gold gehalten ist. Ups. Genau, also ich habe mir den Teller gekauft. Mit diesen Kerzenständern. Drei Stück und drei Kerzen in Weißgold. Und mein Plan ist es, das kann ich euch mal zeigen. Ich habe ja diesen Kamin-Sims neu von Lidl gekauft. Und da wo das Hundekörbchen steht, da soll dieser Teller hin an Weihnachten. Wird natürlich noch ein bisschen mehr Deko drauf kommen. Vielleicht ein paar Tannenzweige. Zeige ich euch aber dann auch nochmal das Endergebnis. Und die Sterne hier in Gold, die wollte ich dann oben auf den Kamin-Sims stellen. Wieso wird das jetzt immer hier so dunkel? Ich muss noch ein bisschen Routine in diesen Vloggen bekommen. Aber genau, das war der Einkauf von gestern. Hielt sich eigentlich in Grenzen, finde ich. Und jetzt mache ich mein Steamboat-Willi-Video. Das wird wahrscheinlich sehr lange dauern. Und melde mich vielleicht dann später. Ich muss noch was kochen. Ich wollte jetzt alle Köche und so werden sich jetzt bestimmt... Ich weiß nicht, wie man das sagt. Auf jeden Fall werde ich hier sowas kochen. Maggi-Ideen vom Wochenmarkt. Weil ich immer so einfasslos bin. Mit Rezepten probiere ich jetzt das heute aus. Das ist Penne-Mediterranen mit Mozzarella. Und bin sehr gespannt, ob mir das schmeckt. Ich bin halt sehr einfacher Mensch, was Kochen angeht. Ich bin jetzt nicht... Also ich kann schon kochen, wenn ich was will. Aber dazu eher zu faul. Naja, das ist der Plan. Ich mache mich jetzt an Steamboat-Willi-Video. Und dann hören wir uns vielleicht später. Kurzes Update zu meinem Steamboat-Willi-Video. Ich habe keinen Bock mehr. Es ist irgendwie... Lego ist irgendwie nicht so meins. Irgendwie hat das AliExpress-Ding auch nicht richtig funktioniert. Egal. Ihr könnt euch das Video angucken. Ich bin noch nicht fertig. Habe mir jetzt aber anstelle von diesem, was ich euch eben gezeigt habe, diese Nudeln, eine Pink-Pizza gemacht, weil es schneller geht. Und falls ihr nicht wisst, was eine Pink-Pizza ist, sie hat irgendwie nur so 400 Kalorien. Genau, die habe ich mir jetzt gemacht. Und ich wollte euch noch zeigen. Ich habe gerade eben von Amazon ja das Paket bekommen. Und der Cookie hat hier so was Neues bekommen. Magst du das mal zeigen, Cookie? Guck mal hier. Das ist ein Schnuffel-Dings. Da sind Leckerli drin. Da drin. Und dann muss er die da finden. Ne? Da. Ich muss ihm das erstmal näher bringen, weil Cookie ist ein sehr ängstlicher Hund. Hast du keinen Hunger mehr? Da. Genau, also er ist ein sehr ängstlicher Hund. Und vor allem, was sich bewegt oder so, hat er echt Schiss. Und ich muss ihm das erstmal näher bringen. Guck mal hier. Guck mal. Da. Da drin. Ich muss ihm das immer zeigen. Eben hat er es vorher gekapiert. Da. Genau, dann muss er das halt da raussuchen. Und hat ein Erfolgserlebnis. Genau, weil spielen tut er irgendwie nicht so viel. Und ja, um ihn halt ein bisschen zu beschäftigen, habe ich jetzt das hier gekauft bei Amazon. Und ja, da kann er jetzt seine Leckerlis raussuchen. Ja? Ja? Oh. Lego und ich werden keine besten Freunde, sage ich euch. Ich habe das Video leider nicht heute fertig bekommen. Das muss ich morgen früh jetzt fertig machen, weil irgendwie wollte ich nur mit Cookie spazieren gehen, bevor es dunkel wird. Das war ich jetzt auch. Falls meiner Mutter will auch noch baden gehen und so ein bisschen entspannen. Deswegen mache ich das dann heute, äh, morgen fertig. Ich habe mir jetzt noch einen Apfel geschnitten für die Fahrt. Ähm, muss gucken, was ich sonst noch esse, weil ich eigentlich jetzt nur bis sieben essen darf. Ich mache so eine Art Intervallfasten. Ich sage, ich esse nur von elf bis sieben. Und dazwischen gar nichts. Trink nur Wasser. Ja. Muss gucken, was ich jetzt noch esse. Aber wir quatschen später. Ich melde mich dann heute nochmal. So, meine Badeweine läuft ein. Die Badebombe von Lash ist bereits drin. Und ich verabschiede mich heute bei euch und melde mich morgen wieder. Guten Morgen! Ja, es ist Sonntag. Wir durften eine Stunde länger schlafen, was mir sehr zugute kommt. Ähm, ich bin auch schon fertig gerichtet für das Steamboat Willi-Video, was ich endlich fertig drehen werde. Das raubt mir echt die Nerven. Da habe ich keine Lust mehr. Aber ich mache es heute fertig, weil es muss heute noch online kommen. Ich muss es dann gleich noch schneiden. Ansonsten habe ich heute mein Pony gestylt. Wie ihr sehen könnt, ich hatte am Freitag auch einen Clip für den Vlog aufgenommen. Ähm, aber meine SD-Karte hatte irgendwie ein Problem und das hat nicht gespeichert. Da habe ich euch mein Outfit gezeigt, was ich anhatte. Und mein Pony, weil normalerweise, wenn ich zu Hause bin, ähm, style ich das nie. Aber da ich gestern Haar gewaschen habe und jetzt das Video zu Ende drehen muss, dachte ich mir, mache ich das nochmal. Und übrigens habe ich heute den Wonder Woman Lippenstift drauf. Und was soll ich sagen? Ich liebe ihn. Die Farbe ist der Knaller. Dieses Metallische und dieses Matte, genau meins. Ja, ansonsten werde ich jetzt beschäftigt sein mit Videodrehen und schneiden. Und am Nachmittag haben wir noch ein Call-Meeting mit den anderen, um unser Make-A-Wish-Projekt zu planen. Ähm, da werde ich euch dann auch kurz mal mitnehmen. Also zeigen, wie das bei uns dann so aussieht. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, bin ich beschäftigt mit dem Steamboat-Rally-Video. Und so ein bisschen aufräumen, was kochen später. Heute möchte ich endlich das Ding kochen, weil ich gestern dazu keinen Nerv mehr hatte. Genau, das ist der Plan. Es ist ja Sonntag eigentlich sehr entspannt. Und bis später. Unglaublich aber war, ich habe es geschafft. Das Steamboat-Rally-Video ist abgedreht, gecuttet und ist gerade am Hochladen. Ja, ich wollte es euch gerade mal zeigen. Übrigens, mein Lippenstift hält einigermaßen noch. Ähm, so sieht das übrigens bei mir aus, wenn ich cutte. So ein bisschen behind the scenes. Da ist ja mein Computer und der ist am Fernseher angeschlossen. Und das ist das Programm, was ich benutze. Ich benutze PowerDirector. Genau, das habe ich mir vor, glaube ich, eineinhalb Jahren mal gekauft. Und damit komme ich ganz gut klar. Ja, so ein bisschen behind the scenes. Ansonsten, was wollte ich noch erzählen? Genau, ich wollte mir später noch Nagelfolie aufkleben. Habe jetzt gerade bei Instagram eine Umfrage gemacht, welche der drei Nagelfolien ich dann aufkleben soll, weil ich mich hier entscheiden kann. Die habe ich neu bekommen. Wollte ich euch dann auch später noch zeigen, wie ich das mache. und für welche Nagelfolie es geworden ist. Und dann haben wir ja noch in der Stunde den Cord mit meinen Disney Buddies. Das haben wir noch. Genau, ansonsten würde ich gerne Heiche mit dabei legen. Das ist so süß. Schaut mal. Ja, also, der hat ein Leben. Wir müssen aber jetzt gleich rausgehen, bevor der Call anfängt. So, um euch jetzt mal kurz zu zeigen, wie das jetzt aussieht hier während des Meetings. Wir haben einen Zoom-Call. Genau, da steht mein Handy. Brina, Daniel, Vivi und Kevin und ich sind hier besprechen, was in den kommenden Wochen, was wir geplant haben. Und ihr könnt echt gespannt sein. Es wird ganz toll. Ich glänze wie ein Honigkuchenpferd. Vier Stunden haben wir jetzt telefoniert, alles besprochen. Und ja, jetzt haben wir aufgelegt. Jetzt wollte ich mir noch die Nägel machen. Und die auf Instagram haben diese Farbe hier ausgesucht. Und ich werde euch zeigen, wie ich das jetzt so drauf mache. Auf einigen auf Instagram haben das auch angefragt. Das werde ich dann parallel in meiner Story machen. Und danach werde ich, denke ich, den Vlog dann beenden. Und dann habt ihr sozusagen mein Wochenende-Mitverfolg von Freitag bis Sonntag. Habt ihr so ein bisschen Einblick bekommen. Und ich hoffe, das neue Format gefällt euch. Und sagt euch zu, so ein bisschen mich zu begleiten. Was ich so mache, was ich so benutze, was ich so ausprobiere. Übrigens habe ich es auch gekocht. Habe ich auch geschafft noch während des Calls. Ja, ansonsten, wenn ihr noch andere Sachen sehen wollt, wie gesagt, einfach unten kommentieren. Ich versuche es dann umzusetzen. Ja, aber jetzt mache ich mir erst mal die Nägel mit der Miss Sophies Nagelfolie. Ja, was ihr alles braucht, ist die Nagelfolie. Die habe ich jetzt schon mal in der Hälfte durchgeschnitten, weil dann könnt ihr sie doppelt so viel nutzen. Weil meine Nägel sind jetzt nicht so lang, dass ich die komplette Länge gebrauchen könnte. Deswegen schneide ich die immer Hälfte durch und dann könnt ihr sie jetzt im Prinzip 24 Mal benutzen. 12? Ja, ich glaube. Ja, 20 Mal. Dann habe ich hier den Base Coat. Den habe ich jetzt neu bestellt. Den Top Coat, den Glossy Coat. Es gibt auch einen Matten, aber ich mag den Glossy mehr. Und dann hier ein Nagellackentferner von Miss Sophie. Damit reinige ich aber auch gleich meine Nägel. Deswegen die Wattepads und eine Nagelfeile, damit ihr eure Nägel auch noch berichtigen könnt. Und die braucht ihr dann noch, um die Folie abzufeilen. Das zeige ich aber euch dann gleich. Also erster Schritt, Nagel, Nagel, Nägel, Nägel feilen. Und dann mit dem Nagellackentferner reinigen und dass die Fettschicht halt entfernt wird. Das mache ich jetzt zuerst. Ich mache mal eine Hand erst fertig. Ich habe jetzt auf der Hand schon den Base Coat drauf. Den habe ich jetzt neu. Den habe ich vorher nicht benutzt. Vorher habe ich direkt die Folie draufgeklebt nach dem Reinigen. Der Base Coat ist neu. Und ich bin gespannt, weil beim Abziehen der Folie war früher immer so, dass die Nägel ein bisschen gesplittert haben. Das fand ich dann nicht so geil. Wo ich die Folien richtig schön finde, weil auch die Farben sind echt der Knaller. Ja, deswegen jetzt der Base Coat. Der muss aber komplett aushärten, bevor man die Folie drauf klebt. Ja, ich habe jetzt den Daumen schon fertig gemacht für Instagram. Genau, der ist jetzt schon fertig lackiert und alles. Und ich zeige euch jetzt an den anderen Fingern, was ich mache. Ich schaue mir die Folien an, welche von der Größe einigermaßen passen. Meistens muss ich sie nicht zuschneiden. Es gibt natürlich hier so einen Riesenbrummer, so für den Daumen. Den müsste ich jetzt noch ein bisschen zuschneiden. Aber wie gesagt, meistens finde ich eigentlich einen passenden für meine Nägel. Da könnt ihr auch gucken. Jetzt hier sind alle ein bisschen verschieden Farben, welche euch am besten zusagt. Und dann klebt ihr den einfach auf den Finger wie ein Sticker. Und dann feilt ihr den, das zeige ich euch gleich, dann mit der Nagelfeile auf die Größe zu des Nagels. Genau, das ist der. Das ist, was ich mache. Das zeige ich euch jetzt. Folie und mein Nagel. Und klebt ihr das einfach da drauf. Schon gut festdrücken. Und den Rest, der übersteht, fällt ihr einfach ab. Dann ist der Nagel auch schon fertig. Da mache ich jetzt zwei Lagen Topcoat drauf. Den glänzenden. Und dann lasst ihr das einfach gut austrocknen. Und das war es im Prinzip schon. Es trocknet auch relativ schnell, finde ich. Also, wie lange brauche ich für so beide Hände? Vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, damit es echt gut austrocknet. Ich versuche dann auch länger jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Wäsche zu waschen, die Küche aufzuräumen oder so, damit das auch wirklich gut austrocknen kann. Also, es trocknet, also hier der Daumen ist eigentlich schon gut trocken. Aber wenn man irgendwie schwere Arbeiten macht, also, ihr wisst, was ich meine. Die Frauen wissen das, dass da nicht so kleine Dellen reinkommen. Also, ihr müsst es wirklich gut austrocknen lassen, aber schon nur so eine halbe, dreiviertel Stunde ist es schon relativ trocken. Und ja, das mache ich jetzt mit allen Nägeln auf beiden Händen und dann zeige ich euch das Endergebnis. So, meine Nägel sind alle gemacht. So sieht meine eine Hand aus. Richtig schön, finde ich das. Und so sieht die andere aus. Das mag ich so, das war Instagram. Das mag ich so an Miss Sophie, diesen Folien, weil es einfach nicht nur eine Farbe ist. Man hat verschiedene Muster. Hier diese Farbverläufe. Und das mag ich halt an den Folien. Deswegen benutze ich sie auch gern. Sie halten bei mir auch bis zu zwei Wochen. Kommt darauf an, manchmal fällt dann ein Nagel ab. Aber die meisten, ich hatte schon mal einen Fall, da hat sie drei Wochen drauf und dann fand ich schon hässlich, weil es so weit rausgewachsen ist. Also, ich mag die Folien sehr gerne. Aber kaufe mir die Folien nur, wenn irgendwie Sonderangebote sind. Ich habe jetzt die hier mit 40% Rabatt bekommen, weil es einen Code gab. Weil so eine Folie kostet halt schon, so eine Packung Folie, 16 Euro. Das ist schon viel Geld. Mit 40% Rabatt ist das schon in Ordnung. Genau. Also das sind meine Nägel. Ansonsten beende ich jetzt den Vlog. Jetzt muss ich den Ton ausmachen. Jetzt bemüht es hier die ganze Zeit. So. Da beende ich jetzt den Vlog. Das war mein Wochenende. Ich werde wahrscheinlich morgen oder übermorgen dann einen Wochenvlog machen, wie es so unter der Woche bei mir aussieht. Da bin ich halt im Homeoffice viel am Arbeiten. Aber mal sehen, wie ich das gestalte. Ich gucke dann auch auf eure Kommentare, die ihr unter das Video postet, was ihr gerne sehen wollt. Und ich hoffe, das neue Format hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Also, bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020